Einen wunderschönen, hier wieder live aus der schönsten Diktatur der Welt. Ich hab die Sonne im Auge. Egal. Willkommen bei 2KF Deutsch. Yes! Wir stehen hier auf meiner Dachterrasse. Grund des Videos ist eigentlich folgendes. Es geht um diesen Schlüssel, beziehungsweise nicht um den Schlüssel per se, sondern um die Villa dort unten. Die wird natürlich auf Nova Property Alanya. In unserem Immobilienkanal wird die natürlich veröffentlicht werden. Die steht zum Verkauf. Der eine oder andere weiß natürlich, dass wir im Immobiliensektor aktiv sind, logischerweise seit ein paar Jahren. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, quasi mein direkter Nachbar zu werden. Also nicht da, 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 sondern wirklich mein direkter Nachbar. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob das ein Argument dafür ist oder dagegen. Frau, was würdest du sagen? Ist eigentlich dafür und man kann diese schöne Aussicht genießen. Ja klar, sie ist dafür. Ich bin ein geiler Typ. Was ist los? Nein, Spaß. Alles muss man sagen. Wenn du am Abend nichts gekocht hast, steht einfach vor deiner Terrasse. Ja, genau. Und du lässt dich überraschend. Die Senem da unten, die kocht auch immer ganz gut, muss man sagen. Feridabla ja auch und das passt schon alles. Ja, wie gesagt, schaut auf Nova Property Alanya. Ich verlinke das Video auf jeden Fall im Abspann. Ich liebe die Aussicht, ne? Die Aussicht ist genial. Ja, passt schon, ne? Also wie gesagt, ich wohne jetzt schon zwei Jahre hier. Wie gesagt, unser Lebensmittelpunkt ist hier. Ich bin gerne hier. Was soll ich sonst noch dazu sagen? Also wie gesagt, ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, wenn ihr die finanziellen Mittel dafür verfügt habt, dann könnt ihr das machen. Wie gesagt, wendet euch einfach an mich. Und ja, das soll es auch schon gewesen sein. Also nicht lange hin und her. Schaut auf jeden Fall Nova Property Alanya. Der wird das Video dann hochgeladen. Und ja, dann schauen wir weiter. Vielleicht kriegt ihr auch noch ein Stückchen Fleisch. Ist ja Grillzeit, ne? Juti, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dahin habe ich die Ehre. Ciao, Leute. Bis dahin habe ich die Ehre. Ciao, Leute. Bis dahin habe ich die Ehre. Ciao, Leute.